hallo meine nächste kickstarter kampagne weil ich das prinzip so toll finde und diesmal wird es auch nur 1000 euro weil ich eigentlich euch nur zeigen möchte was ich die letzten tagen gebastelt habe und das ist eigentlich so schön geworden dass man da eine tolle kampagne draußen machen kann im prinzip ging es mir nur um meine ganzen arzt messprodukte weil weil ich immer auf reisen bilden und dann immer irgendwie in den letzten drei vier jahren war schon bei sieben hausärzten und dann muss ich das immer mit schleppen und mein rucksack und das wird nass und außerdem hat man die echt kein überblick und deswegen habe ich mir endlich mal die idee habe ich die freude bekommen die freude eine schöne internetseite zu machen wo ich meine daten online habe und dann ist natürlich zuerst die die frage so artikel die krankheiten oder behandeln oder vorbeugen sind verboten aber die leute von kickstarter also hier habe ich gerade ganz während ich vorbereitet habe schon wieder eine schöne neue kampagne die ein gerät für blinde irgendwie anmachen und hier gab es mal eine schöne seite die rollstuhlfahrer auf reisen begleiten wollten das ist eine schöne autisten webseite gewesen und es gab sogar schon mal allerdings in amerika ich habe das damals beobachtet die sogar 50.000 dollar aber für amerika hat mir das irgendwie hier nicht so viel gebracht und deswegen liebe leute von kickstarter also bevor ihr euch wirklich hier irgendwie abschaltet dann meldet euch vorher okay ich möchte jetzt zeigen wie die die webseite funktioniert weil ich mir mühe gegeben habe dass das alles ganz einfach und schnell ist denn so daten eingeben ist nicht so besonders also die menübar die mini menüleiste da oben links und wir registrieren uns mal als der liebe tom hat das ist gerade hier mein lokaler server deswegen habe ich kriege ich die e mail hier angezeigt aber ihr bekommt die e mail dann so schön in euren briefkasten und da draufklicken und schon sind wir registriert dann legen wir gleich einen neuen bericht an dann nehmen wir mal ein paar daten von mir also nehmen wir mal an das war irgendwie 16 07 11 11 oder 08 am 5 juli war das naja und dann legen wir mal hier einfach los wir können ja das kleine blutbild auswählen und dann die thromboziden sie sind wieder in halbwegs in ordnung und aber die leukozyten sind sie sie haben sie stabilisiert sie sind aber immer noch zu niedrig 4,6 und 15,5 das hemmokrit was immer das ist ist bei 45 und das unaussprechliche ist bei 99 das ist bei allen ärzten ist das so immer ungefähr dasselbe also ich habe ja hier wie gesagt ich habe hier von sieben verschiedenen ärzten kleine und große blutbilder und deswegen ist es praktisch auch für euch wird das dasselbe sein also legen wir noch gleich ein großes blutbild hinterher da müssen wir den cursor nach oben tun ein kleiner fehler noch das ist so eine eigene datenbank die ich seit über zehn jahren programmieren also die basophile sind bei 1 und die 4 die neutrophile bei 53% die lymphozyten wo bin ich bei 53% und die monozyten bei 5% und das LOC was ist bei 2% und man sieht jetzt schon die leukozyten märkte also ich habe hier wirklich die ganzen mit denen mit den einheiten im prinzip kann man die auch später mal umrechnen aber meistens doch dieselben und hier den max und min so dass das system automatisch erkennt wenn irgendwas niedrig ist das datum haben wir nicht abgespeichert ja also hier kann man im prinzip wieder blutbilder löschen und und hier kann man halt noch die verschiedene irgendwie so brilhose und alles mögliche dazutun na ja speichern immer ab und schon haben wir unseren ersten bericht schön irgendwie zur übersicht und dabei wurde auch gleich mal ein profil angelegt ja und dann sagen wir mal ich habe eine unbekannte krankheit hier kann man es öffentlich machen das empfehle ich sagen erst mal keinem das ist eher so so ein hilferuf oder so wenn man halt irgendwie andere irgendwie mal sein seine sachen zeigen möchte also ich könnte ja wenn man da kein problem mit hat also ich habe jetzt mal öffentlich gemacht was hat jetzt kein problem damit dass meine leukozyten irgendwie knapp unter der grenze sind ja ernährung der ernährt sich nein ich erinnere mich ketogen also alles geht und die ärzte sagen wir mal kann man seine ärzte da habe ich jetzt meine ärzte aber dann wird ich halt irgendwie in zukunft dann auch andere ärzte können da kommen dann hinzu und dadurch kann man wenn man auf reisen ist kann man oder wenn man zum neuen arzt kommen kann man einfach mit klick den arzt hinzufügen und wenn man dann bei ihm im sprechzimmer sitzt sie haben heute alle den computer auf dem tisch dann sagt man einfach www.widoc.de und schon hat er zugriff auf da ist jetzt unser schöner bericht ja das speichern wir noch ab so unterlocken wir uns aus rechts oben klickt kann man sich auch auslocken und dann locken wir uns mal als mein hausarzt ein ja das sind jetzt die ärzte die zurzeit drin sind da kann man im prinzip hier da können die standorte eingeben also wenn er hier jetzt berlin eintippt und dann auf find dann ist er nach berlin bisschen text ein paar fotos und hier ein logo aber das interessante ist halt er kann jetzt hier zum beispiel suchen das ist immer aber meine tolle daten mit neu kann man irgendwas erzeugen was einem dann gehört mit öffnen kann man irgendwas öffnen was angehört und mit suchen kann man irgendwas suchen was einem nicht gehört also wir suchen mal nach patienten denn das ist das besondere ihr werdet ja eh schon alle wieder nein sagen und dann überhaupt es ist wichtig dass unsere daten uns gehören das wird vielleicht sogar meine nächste die vierte kampagne und es ist deswegen hier von bedeutung dass halt ich die seite gemacht habe weil ich selber ein patient bin und ich habe auch kein interesse die daten an irgendjemand zu verkaufen oder irgendwelche suchanfragen und mit irgendwelchen versicherungen irgendwelche verträge zu schließen ja sondern mir geht es einfach darum dass meine daten irgendwie halt verfügbar sind und dass ich dir auch gerne dann teilen würde mit anderen die vielleicht auch borreliose haben oder so ähnlich ja und deswegen ist es von bedeutung also ich halte nicht so viel von dieser ganzen anonymität im internet und die einem dann nur dazu irgendwie die die freiheit geben irgendwelche hass postings auf facebook zu machen aber große geschichte andere sache es ist aber trotzdem hier auch von bedeutung dass die seite ist in erster linie von patienten gemacht und vier patienten und die ärzte sind dann so als teamwork kommt kommen hinzu ja und deswegen kann jetzt hier eben der arzt praktisch das sind nicht seine ja das sind meine und ich habe sie ihnen dann zur verfügung gestellt und und das ich habe ja auch aber das seht ihr dann bei meinem profil also hier ja naja gut dann könnt ihr ja gleich steht wenn er den robo sucht dann hier das sieht halt schön die kurven mit 8 jahre meine schöne seite also das hier man man bewegt sich durch den körse also wenn man den körse nach oben macht dann dann rutscht rutscht die seite das ist mein flutig smoot aus schon über zehn jahre habe ich den und und in zehn jahren jetzt weiß ich mit den tablets da ist ja das mit dem verschieben und so das ist so langsam in und in zehn jahren werden die leute dann auch irgendwie mein schön flutig flutig modus der ist nämlich dafür gemacht dass man irgendwie ganz schnell irgendwelche daten praktisch mit der stream kann man so ein objekt wieder löschen aber gehen wir ruhig hier oben ach ja falls euch hier diese diese hellblings da gibt es hier so ein fragezeichen da kann man draufklicken und dann ist es weg aber nur wenn ihr cookies aktiviert aber ohne cookies geht meine seite nicht weil sowas kann man kann man kann man nicht ohne javascript machen ja also ihr seht auch schon gleich hier der arzt hat zugriff auf meine abgescannten fotos das möchte ich so nebenbei erwähnen ja okay das war der arzt und das ist eben schon also man das hat zukunft der arzt kann sich jetzt zum beispiel berichte suchen die die von personen personen die borreliose haben ja dann kriegt er halt jetzt nur nur meine berichte und oder er kann irgendwie berichte die 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 es gibt ja auch so eine advanced suche advanced search das möchte ich euch jetzt zeigen nicht dass ihr das alles sofort machen müsst sondern um eben das es geht hier um eine kampagne also um das projekt um das was irgendwie ich möchte jetzt keine menschen heilen oder sowas ja und und ich möchte unbedingt auch nicht vorbeugen aber natürlich möchte ich die welt besser machen also 80 millionen deutsche irgendwie geben 100 milliarden euro für pro jahr für das krankheitswesen aus und ich habe es mal durchgerechnet von den 100 milliarden euro könnte man die gesamte weltbevölkerung von sechs milliarden menschen ernähren und ich mache hier gleich noch so kommentare glaube ich jetzt sehe ich halt was meine ärzte alles in die für 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 laborwerte blödsinnigerweise irgendwie gewissen haben also wo gar ich war bei der advanced search also hier die advanced search nicht bei den patienten bei den berichten da ist sie noch also wir könnten zum beispiel er kann zum beispiel dann suchen was alle kleinen blutbilder oder überall wo borreliose gemessen wurde also ja oder oder direkt sag ich mal wo ist denn überall der glukosewert gemessen worden von patienten die borreliose haben oder so um die mal zu vergleichen ja und dann schickt man die auf senden und dann schickt man jetzt wieder noch nicht weil ich noch alleine bin außer meine meine liebe stofffrau aber der da geht es eh nicht so gut dass dass die da mitmachen möchte ja und ihr seht zum beispiel ne das sind zwei verschiedene ärzte die die nicht eher ne katern eben suche die 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 frau klein aus külbach mit der die ist noch die zähle ich noch zu meinen hausärzten aber jetzt die die frau beck aus hof mit der war es nicht so zufrieden naja kann ich ja hier zum beispiel anfügen aber zum beispiel irgendwie ich meine ich bin keto vegan vegan ja also aber und 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 trotzdem irgendwie wird dann immer sofort meine cholesterinwerte gemessen und 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 der glukosewert ich meine natürlich hier der glukosewert 32 mg pro deziliter wenn ich mich ohne kohlenhydrat ernähre und in die ketose rutsche dann ist natürlich nichts also wozu muss man dafür ausgeben aber sie hat sich dann geweigert meinen wie immer mal ein vitamin b12 zu testen weil das nicht von der kasse bezahlt wird ja dabei jetzt irgendwie als veganer wie 12 ich hatte ich hatte mit 12 ich habe dann schon irgendwie muskelzucker um den rückenmark bekommen und habe dann die selber die ampullen gespritzt dann habe ich eine allergie bekommen auf auf das vitamin b12 und 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 dabei hatte mein arzt vorher der der andere arzt wieder der hatte ich der der war dazu lieb der hat ein vitamin b12 das gemacht aber dann habe ich später erst fahren als hat irgendwie meine muskelzuckerung angefangen hat dass dieser vitamin b12 serum test total unzuverlässig ist und dass es einen viel besseren test gibt und das hätte er mir ja vielleicht mal sagen können aber interessiert ihn halt nicht und dann habe ich halt gesehen von wegen die ampullen kosten zehn euro bei ebay also spritze ich mir die mal und dass man halt eine allergie drauf bekommt das ist sehr selten das hat der arzt dann auch nicht irgendwie irgendwie auf die idee gekommen obwohl ich ihm gesagt habe dass ich dass ich mir die vitamin b12 aber ich habe dann halt später bei google google alles wirklich man kann in fünf minuten im internet mehr finden als ein arzt in seinem kopf zu einem bestimmten thema hat dann könnt ihr mal ausprobieren also ich wäre schon fast irgendwie dass er zum beispiel die die ich will ja nicht so böse über irgendwelche ärzte das soll kein bewertungsportal oder sowas werden ja aber aber die die war so eine öko-heilkunde darin und die die wollte irgendwie mir keine impfung geben und dann wollte sie mir auch irgendwie an das war so missverständlich das ist das ist ein anderer arzt ein anderer arzt wegen dem wäre ich fast an titanus gestorben die tätigen habe ich aufgeführt bei dem habe ich auch keine großen test gemacht ja okay das jetzt schauen wir uns noch mal mich an so mein profil ja ich habe es auf öffentlich gesetzt ich habe eine unbekannte krankheiten wegen diesem leukonziten und da waren wirklich die ärzte schon schon alles dabei also der eine arzt als bei 1,9 ganz tief unten war der meinte auch wenn es ihnen gut geht dann leben sie ihr leben und tschüss und ein anderer arzt als ich dann schon wieder oben war bei 2,6 der wollte dann gleich irgendwie eine rückenmarkspunktation machen um irgendwie ein ein degeneratives die 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 stammzellen die die blutzellen erzeugen die das gibt so eine krankheit aber die ist halt degenerativ und und ich meine wenn es dann bei 1,7 wieder hoch geht dann ist es eher untypisch und außerhalb habe ich dann wieder bei beim internet gelesen dass das wenn es die krankheit ist dann kann man sie eh nicht halten das heißt in den ersten phasen beobachtet man sie eh nur ne das mache ich halt jetzt auch also wozu muss man nicht halten also wirklich ah die ärzte das ist fließbandtechnik wirklich links rein rechts raus und deswegen ich will nicht böse über die ärzte ich habe auch die idee dass wenn praktisch die ärzte so in verbunden mit drinne sind und dann auch die 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 mit einem klick hier so kurven haben also ja wollte ich euch zeigen die gibt es nämlich direkt kann ich jetzt hier alle alle meine werte anzeigen lassen das war ein bisschen viel löschen was er mal wieder ja das ist hier wirklich schön schön interaktiv wo wo sind denn meine leukozyten dort da war ich halt innerhalb von kürzester zeit von 3,3 auf einmal auf 1,7 runter und kein mensch weiß was ja und dann habe ich jetzt bin ich wieder so langsam oben und sag mal so lang bin ich selbst als ich unter 1,7 war eigentlich hätte ich da eben eine infektion alles bekommen weil mitten im winter und ich war zu fuß mit dem boot auf meinen donaukanal unterwegs ich bin seit zehn jahren nicht mehr krank ja also ich weiß nicht wann ich jetzt mal krippe hatte oder so also draußen in der natur lieben aber ich habe dann immer eins dass ich irgendwie ja ich habe mich auch schon auf auf fuchsbandwurm und so dass ich halt irgend so ein parasit bekommen und manchmal wo haben wir sind hier unten wird zum beispiel da auffällig da zeigt er irgendwie auch an was alles aufregungen hier sieht man die basophilen granulozyten die waren dreimal über dem wert und dann hier unten die die neutrophilen granul waren einmal unter und es gab irgendwelche ich glaube hier die neutrophilen irgendwas hätte auch für parasiten sprechen können und deswegen aber das das kann man zum beispiel dann auch hier zum beispiel was aus den neutro die neutrophilen geworden wo sind die neutrophilen ja das 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 guck da war es einmal drunter aber dann schwankt immer und im prinzip sind da auch wieder eigentlich mehr informationen drin als als die ärzte irgendwie es gibt immer nur naja wenn es drüber oder drunter und sonst ist egal aber wenn man halt wirklich so eine ganze historie hat dann sieht man auch die schwankung oder wie stabil wert ist dass wir eigentlich prinzip auch wieder informationen die man irgendwie mit neuronalen netzen bin ja physiker und hier sind wie gesagt meine ärzte ich bin keto vegan und nachher gibt es meine keto vegane pizza deswegen bin ich schon ein bisschen hungrig und ein bisschen nervös aber wenn ich mal im plappern bin dann geht es mir eigentlich immer so ja meine krankheiten das profil hier haben wir jetzt ja und hier sind halt meine 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 ganzen profile immer schön angezeigt ja ich wollte euch den unsinn zeigen nehmen wir nochmal wo sind denn hier also zum beispiel ich ja cholesterin löschen wir mal alles wieder löschen wir mal alles wieder also erstmal alles ausgehen alles wieder weg und cholesterin ist alphabetisch geordnet da das gesamt cholesterin und cholesterin HDL und cholesterin LDL ja also von von meinen irgendwie wie viel berichte waren das jetzt hier ich weiß nicht sieben stück oder was viermal cholesterin gemessen zweimal LDL die beiden werte und ich meine ich bin veganer also cholesterin ist absolut keine kein 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 risikofaktor für mich ja stattdessen irgendwie wäre doch mal vielleicht mangelernährung ja das ist nämlich auch irgendwie das muss ich immer darauf achten und ich habe jetzt wenigstens einmal b12 ich meine jetzt weiß ich so grob Bescheid ja aber es gibt ja auch noch eisenhafen haben wir denn hier zum beispiel habe ich inzwischen auch Kalium und wo ist denn hier Kalzium da oben Kalzium ja die Kalziumwerte und anstatt eben dieses Schema F das was die Krankenkasse bezahlt und einfach links rein und rechts raus wäre es eigentlich geschickter dass man wirklich den Patient als ein Individuum sieht mit seinen Eigenschaften wie ernährt er sich und welche Krankheiten hat er schon mal und sowas ja und da ist eigentlich denke ich sollten sich die Ärzte auffreuen wenn man ihnen so ein Paket irgendwie gibt ja ich meine wenn ich den Ärzten hier damit gekommen bin und von ja wollen sie von meinen Vorgängern die weh und ja und obwohl ich jetzt schon irgendwie den Borreliose Test hatte und dann hatte mein lieber Arzt hier der war dann so lieb hat dann den Westernplot gemacht der war halt auch positiv dann war ich bei einer Spezialistin die liebe Frau in Kulm war und und die wollte dann gleich den trotzdem nochmal der kostet 100 Euro wollte sie gleich nochmal machen ich meine wozu sie wollten halt nochmal machen und jetzt habe ich gesehen sie hat nicht nur noch den Immunblock nochmal gemacht sondern sie hat auch den Serum Test gemacht der eigentlich ziemlich unverlässig ist zuverlässig ist und wenn halt die die Ärzte schon sehen woher man kommt und wenn man ihn wirklich so auf eine schöne Art so mit Kurven irgendwie ja dann denke ich könnten auch die Ärzte eigentlich ein bisschen mehr Freude auf den Patienten irgendwie wie sie hinzugehen und ich habe das kommt dann später auch ich habe so wenn einer von meinen drei Ärzten zum Beispiel eine Idee hat dann könnte er das auch mit den anderen teilen so dass sie praktisch die von anderen eine Rechnung stellen haben sie nicht alle drei auf einmal behandeln ja also ich denke da ist eine Menge Potenzial so ah ja das mit den Ärzten weil ich jetzt weil ich so auf sie rumgehauen habe kommt jetzt noch der Oberhammer das ist wirklich so ein Fließband ja ich meine wir alle wissen es wir haben alle schon die Odyssee bei den Ärzten hinterher ja und es ist wirklich ich lock mich hier nochmal auf und zeig euch dann noch mal das Interesse muss ich euch nicht unbedingt zeigen dann nehmen wir mal hier so mein 3D Männchen die Odyssee es ist wirklich so der Arzt Fließband arbeitet Standart Diagnose man kommt rein hat irgendwie genug ich nenne irgendeine Standard Diagnose Schema F die bei 60% zutrifft ja von den 40% bei denen sie nicht zutrifft, kommen 80% eh wieder, weil wir hier im leitgefüllten Christentum leben. Und von den, wie war das, 20% der 30%, die nicht wiederkommen, sondern zum anderen Arzt gehen, die werden ersetzt durch andere, enttäuscht, die von einem anderen Arzt zurückkommen. Und es ist wirklich so, ich meine, das Arzttum ist voll, man kommt da rein und man ist kein Mensch in dem Sinne, man hat ein Wehwehchen und dann zack, raus, vergessen und der Nächste rein. Und deswegen finde ich, wer es wirklich, ich möchte wirklich, ich mache das Video auch jetzt wie meinem Arzt, um ihm das zu zeigen, dass er sich vielleicht da mal jetzt wirklich anmeldet. Ich will Ihnen nicht gleich darüber reden, dass er alle seinen Patienten das dann auftritt oder sowas. Ja, das kann ja dann von meiner Seite irgendwie über so eine Kampagne aufgehen. Ich finde, die Ärzte sollten sich schon darüber freuen, dass wir Patienten sehen und so ein bisschen irgendwie hübscher machen. Okay, hier kann man sich halt alle Ärzte anschauen. Das hatten wir ja eigentlich schon. Da ist halt die liebe Frau Klein. Da könnt ihr sehen, die hat hier irgendwie so eine schöne irgendwie, über die Boreliose war sie schon in der Zeitung. Und ja, mit String Coup kann man irgendwie, das steht auch hier, da kann man irgendwie das schneller aufmachen. Und das ist mein lieber Topfleisch. Ja, und man kann jetzt hier, wie gesagt, bei Search Krankenakten, da ist jetzt meine auch online, ja, aber da kann man jetzt hier zum Beispiel nicht mehr interaktiv suchen. Und unten da, ach ja, man kann auch ein Foto. Man kann auch ein Foto. Der Roland mit seinem Kito, was habe ich da gegessen? Irgendwie Tofu mit Paprika bei strömendem Regen. Da gab es auch noch einen schönen Regenbogen. Ja, und hier fehlen halt jetzt die Screenshots, weil da sind ja schon irgendwelche persönlichen Adressen und so Zeugs drin. Ja, und das ist, sagen wir mal, das ist alles nicht so 100 Prozent irgendwie super sicher. Ich meine, wenn es wirklich erfolgt wird, dann muss ich dann auch, sag ich mal, alles überprüfen. Ja, aber zum Beispiel hier wird jetzt auf dem Server schon überprüft, ob ich öffentlich bin. Und wenn ich nicht öffentlich bin, dann werden die Daten hier unten wirklich gelöscht. Und gar nicht erst zu meinem Client geschickt und so. Also bin irgendwie schon halbwegs zufrieden mit meinem Tollen. Ja. Das war es. 1000 Euro. Das wären vielleicht 50 bis 100 Leute. Und ich bin echt nicht der Typ, der irgendwie seine Sachen bewertet. Ich mache es, weil es mir Freude macht. Ich habe es für mich gemacht. Es wäre eigentlich eine tolle Sache, wenn man da irgendwie wirklich das hätte Zukunft. Und ich sage ja, es ist von Bedeutung, dass unsere Daten uns gehören. Und deswegen ist es wichtig, dass so ein Projekt wirklich von uns ausgeht. Ja. Und dass wir dann praktisch die Ärzte mit einbinden. Ja. Und nicht umgekehrt. Ja. Also wenn ihr darauf wartet, dass Facebook irgendwie so eine super Medizin-App macht, dass dann alle eure Sensoren, ja. Ich meine, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn dann irgendwie die Daten irgendwo anders auftauchen oder wenn sie für irgendwelche Zwecke verwendet werden. Oder wenn die Krankenkasse irgendwelche Bonussysteme machen, mit denen wir dann irgendwie irgendwas und dann, ja, dann... Ich möchte nicht darüber so viel, weil, wie gesagt, das ist ein tolles Konzept, was noch dahinter steckt. Und hier ist es zum Beispiel wirklich so, es ist wichtig, dass wir unsere Daten selber verwalten. Ja. Und deswegen... Vidoc.de Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und wie gesagt, wenn ihr irgendeine hübsche, liebe Krankheit habt und seid, es gibt so viele Foren, irgendwie Borrelioso, Sklerodämie, Arthritis, Arthrose. Und überall gibt es halt wirklich Leute, die immer dieselben Tests machen und die, die auch gerne mal mit anderen vergleichen würden, von wegen... Was hast du probiert? Und wie sind die Blutwerte haben, die sich verändert und so. Und das ist echt... Wäre eine tolle Sache. Und ich werde jetzt nicht im Internet rumrennen und überall Seiten erzählen, wie toll ich so bin, ja. Weil ich bin der geborene Verlierer. Und weil ich nie um Anerkennung gekämpft habe. Und damit bin ich eigentlich sehr glücklich, weil um Anerkennung zu kämpfen ist scheiße. Und ich unterscheide eh nur zwischen Verlierern und Versagern. Und ich kann euch sagen, Verlieren ist eindeutig schwieriger. Und wenn ihr die Wahl zwischen Verlieren und Versagen hättet, dann würdet ihr alle den Versager nehmen, denn Versager können auch jede Menge Spaß haben. Ja. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, macht mit. Und wenn es euch... Eigentlich mag ich es nicht mit diesen irgendwie, man soll immer seine Freunde irgendwie mal seine Facebook-Freunde, soll man alle verkaufen. Und deswegen, ich erwähne es halt nur, weil wie gesagt, ich werde meine Seite nicht bewerben. Und ich habe auch keine Freunde, denn Verlierer haben keine Freunde. Und deswegen, wenn wir wirklich irgendwie 1000 Euro knacken wollen, dann wird es an euch liegen, ja. Aber das ist halt Crowdfunding. Darum geht es ja auch. Okay. Tschüss.